Und wir zwei machen Männerabend. Das wird uns auch Spaß bringen, oder? Ja, Spaß. Das sind doch wilde Drachen, oder? Wahrscheinlich werden sie es nicht so gut finden, wenn wir um ihre Höhlen herumschleichen. Sie brüten dort ihre Eier aus. Wie jetzt? Sitzen sie etwa auf den Eiern und gackern, wenn was schlimm? Ja, klar. Erinnere mich dran, dass ich die Drachen vor deinen Witzen warne. Siehst du die Ranken überall? Wenn die Sonne untergegangen ist, wird der Eingang zur Höhle komplett blockiert sein. Immerhin haben sie ihre Eier nicht mehr da drin. Hey, das ist Baby Blue. Oh nein, Blues Ei wird vermisst. Es muss noch in der Höhle sein. Halt ihn auf, Blue, sonst wird er gestochen. Er schläft, Blue. Diese Ranken haben ihn vergiftet. Es ist fast Nacht. Wenn die Ranken wachsen, wird niemand mehr in die Höhle kommen können, um das Ei zu finden. Oder den Kristall. Aber noch können wir rein. Kommt ihr beide jetzt oder niemals. Keine Sorge, Blue. Wir finden dein Ei und werden es zu dir bringen. Kazoo mit Kauspuren. Eins. Das ist kein Kazoo, Mo. Das ist eine Pfeife. Bleib bei der Sache. Vielleicht hat Yoko ja recht. Vielleicht ist das ja alles nur Schrott. Kein Schrott. Zwei Möglichkeiten. Kazoo oder Pfeife. Sich für den Kampf entscheiden oder für den Frieden. Groß oder klein. Ein weiser Herrscher weiß genau, welche Entscheidungen er zu treffen hat. Ja, genau. Deswegen entscheide ich mich gegen die Inventur. Ein Königreich zu leiten bedeutet mehr als nur Abenteuer. Manchmal bedeutet es die Geduld aufzubringen, seine Optionen zu zählen. Geduld aufbringen. Zählen. Eins. Kannst du irgendwas Wittern anschauen? Ich nehme mal an, das heißt nein. Mia, sieh doch. Es ist fast Nacht. Und wie sollen wir jetzt das Ei finden, so ganz ohne Licht? Sucht nach der Sonne bei Nacht. Wie sollte das denn gehen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sucht nach der Sonne. Yoko, denkst du, das Sonneneinhorn könnte uns helfen? Hm. Gut, versuchen wir es. Eigenartig. Wieso geht es nicht? Das Mundstück fehlt. Sieh doch. Ich hoffe, dass wir es schon am Krater verloren haben. Oder das Ding hier ist wertlos. Okay, Yoko. Geh und hol das Mundstück. Und schau und ich bleiben hier und suchen das Ei. Du weißt, was geschieht, wenn die Sonne untergegangen ist. Dann steck die hier fest. Du solltest dich wohl beeilen. Ich hole nur schnell Hilfe, Blue. Keine Sorge. Na toll, ein Rennen gegen die Sonne. Komm schon. Du schaffst das. Das Ei braucht nicht. Danke, Blue. Kater? Wir kommen! Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen.